Die Salami ist eine europäische Rohwurstsorte aus Schweinefleisch und anderen Fleischsorten. Wurtherkunft Die Bezeichnung stammt vom italienisch Salami für Salzwurst bzw. Salzfleisch bzw. Lateinisch Salare. Im italienischen ist die einzelne Wurst eine Salami, Salami, dagegen die Pluralform. In der deutschen Sprache wurde der italienische Plural Salami zur Einzahl, dazu wurde der Plural Salamis gebildet. Auch Salami ohne Endung ist gebräuchlich. Das Wort Salami hingegen bezeichnet im italienischen Wurstwaren. Neben Salami gibt es noch andere Dauerwurstherzeugnisse in Italien. Dazu zählen die Phinocchiona, der Cacchiatore, die verschiedenen Spianata-Varianten und Sorpresata sowie die Salzechia, also die italienischen Metwürste. Zutaten und Herstellung Gehörten zu den ursprünglichen Rezepten meist Fleisch von Hausesel oder Maultier, wird heute meist Schweinefleisch und Rindfleisch verwendet. Bei anderen Fleischsorten wird diese in der Bezeichnung kenntlich gemacht. Neben dem Muskelfleisch bestehen viele Würste auch aus Speck bzw. Schweinebauch. Da in der Wurstmasse meist nicht ausreichend Reifungsbakterien enthalten sind, werden in der industriellen und gewerblichen Produktion Statakulturen aus entsprechenden Bakterienstämmen verwendet. Diese enthalten auch oft Mikrokokken, die für eine schnelle Rötung und einheitliche Färbung sorgen, indem sie den verwendeten Salpeter zu Nitrit und das Nitrit zu Stickoxid abbauen. Neben Salz und Pfeffer werden je nach Rezeptur verschiedene Gewürze und Würzmittel verwendet. Zur Vorbereitung wird das Fleisch stark gekühlt. Teilweise wird gefrorenes Fleisch verwendet, um die Temperaturen beim Herstellungsprozess unter 4 Grad Celsius zu halten. Anschließend wird es fein zerkleinert, da das Fleisch gehackt wird, ist die Verwendung von Kuttern üblich. Und nur gelegentlich wird das Fleisch gewolft. Fleisch und Speck werden zusammen bis zum gewünschten Zerkleinerungsgrad bearbeitet. Anschließend wird die Masse gewürzt und abgefüllt. Wurden traditionell Naturdärme verwendet, ist heute der Einsatz aller Arten von Wursthüllen üblich. Beim Einsatz von Dosen erfolgt die Verpackung erst nach der Reifung. Häufig wird mit Salami ein typischer Edelschimmelbelag auf der Wursthülle verbunden. Dieser entsteht entweder während der natürlichen Reifung oder wird durch das Auftragen von künstlichem Schimmel erzielt. Salamis werden typischerweise bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius galt bis zu 24 Stunden geräuchert. Einige Sorten werden stattdessen nur Luft getrocknet. Heißräuchern wie bei anderen Rohwurstsorten ist unüblich. Anschließend erfolgt die Reifung für 4 bis 6 Tage. Als Dauerwurst ist die Salami anschließend bis zu 6 Monate lagerfähig. Sorten Italien Die italienischen Salamis unterscheiden sich in der Körnung, im Gehalt an Schweine- und Rindfleisch, in der Dauer der Trocknung und in der Würzung. Ursprünglich war Modena das Zentrum der italienischen Dauerwursthersteller. Je weiter man in den Süden Italiens kommt, umso kleiner, grobkörniger und schärfer sind die regionalen Varianten. Die italienischen Salamisorten sind alle Luft getrocknet bis auf die Salame Napoli und Salame Secantiliano, die leicht angeräuchert werden. Für Salamis gibt es in Italien folgende Qualitätsstufen Extra, Prima, Secundi, Terza und Inferiori. Salame Felino Die Bezeichnung Salame Felino stellt seit März 2013 eine geschützte Herkunftsangabe dar und unterliegt festgelegten Herstellungsbedingungen gemäß EU-Verordnung. Sie hat eine jahrhundertelange Vorgeschichte. In der heutigen Form stammt sie ursprünglich aus dem kleinen Ort Felino, gut 15 Kilometer südwestlich von Parma. Sie wird allerdings heute ebenfalls in anderen am Fuße des Apinen Gebirgszuges gelegenen Orten der Provinz Parma hergestellt. Ihre Qualität beruht nicht nur auf der Güte des verwendeten Fleisches, sondern auch auf dem geringen Salzgehalt und der Lufttrocknungsreifung. Durch diese Bedingungen kann sich das charakteristische würzig-leicht-süße Aroma ausbilden. Dazu ist ein Klima mit möglichst wenig schwankender Temperatur, gutem Luftaustausch und nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit erforderlich. Punkt. Salame Felino bestehen nur aus qualitativ hochwertigem Muskelfleisch und Speck bestimmter Schweinerassen. Nach dem Schlachten wird das Fleisch bei nicht unter minus ein Grad Celsius getrocknet. Das sorgfältig von Sehnen, Bindegewebe und Nerven befreite Fleisch wird in einem Fleischwolf zusammen mit dem Speck zerkleinert. Anschließend werden die Pökelzutaten und die Gewürze zugegeben. Salz, Salpeter, Pfeffer, Körner und Knoblauch, gegebenenfalls trockener Weißwein und bis zu 0,3% Zucker. Das Wurstbret wird in Schweinedarm meist von 50 cm Länge eingefüllt. Damit in der Wurst keine Hohlräume oder Risse entstehen, wird sie mit Kordel in einer sortentypischen Weise in weiten Abständen gebunden. Die Felino reift anschließend meist drei bis sechs Wochen mit einem Gewichtsverlust von 25%. Die Felino-Salamis wiegen meist 200 bis 800 Gramm, können aber auch bis zu 4,5 Kilogramm schwer sein. Die Trockungs- und Reifungszeit hängt entscheidend vom Gewicht der jeweiligen Wurst ab. Typischerweise wird Salami-Felino mit dem Messer schräg in etwa Pfefferkorn durch Messer dicke Scheiben aufgeschnitten. Sofern die Ware bereits aufgeschnitten in den Verkehr gebracht werden soll, so hat auch dies im Herkunftsgebiet zu erfolgen. Salami Milano, auch Mailänder Salami, besteht zu je einem Drittel aus Schweinefleisch, Rindfleisch und Speck. Des Weiteren gibt es auch Sorten ohne Rindfleisch. Sie wird traditionell im Schweineblinddarm oder Schweinemastdarm abgefüllt. Nach dem Schlachten wird das gekühlte Schweinefleisch zerkleinert und durch den Fleischwolf gedreht und mit dem in gefrorener Form, kleingeschnittenen Speck vermengt, bis alle Zutaten schließlich in Reiskorngröße vorliegen und gleichmäßig in der Masse verteilt sind. Aus diesem Grund bietet die Salami Milano ein sehr feinkörniges Schnittbild. Das Rindfleisch wird separat auf Stückchen von 5 mm zerkleinert und zu dem Schweinefleisch-Speck-Gemisch gegeben. An weiteren Zutaten kommen hinzu Salz, Salpeter, geschroteter Pfeffer, zerstoßener und dann in Weißwein oder Chianti eingelegter Knoblauch. Nach dem Füllen wird die frische Wurst für einige Stunden in Pökelake gelegt und anschließend getrocknet. Men lässt sie dabei einen Tag ruhen ohne die Enden abzubinden. So dann werden die etwa 25 bis langen Würste mit Strohhalmen belegt, die mit Wurstgarn festgebunden werden. Die Bindung ist dabei jeweils typisch für die Sorte. Die Mailena wird der Länge nach 6 bis 8 Mal und einige Male rundherum gebunden. Die so verschnürten Würste müssen nun 4 bis 5 Wochen vorreifen. Dazu werden sie einzeln anstöckend in einem Raum mit etwa 18 Grad Celsius zum Durchröten und Abtrocknen aufgehängt. Sie werden regelmäßig mit lauwarmem Wasser abgewaschen, um die aus Mikroorganismen bestehende Schmierschicht zu entfernen. Wenn diese Schicht nicht mehr auftritt, beginnt die Entreifung in der Luft. Die Würste werden noch einmal abgewaschen, aufgehängt und etwa 6 Monate in frischer Luft gereift. Zum Schluss hat diese Salamisotte bis zu 30% an Gewicht verloren und wiegt bis zu 4 kg. Der Fettgehalt beträgt etwa 40%. Salamé Veronese Man findet sie in zwei Arten, mit und ohne Knoblauch. Sie besteht nur aus Schweinefleisch und Speck, allerdings sind bis 10% drin Fleisch zugelassen. Der Speckanteil ist bei der Knoblauchhaltigen mit 40 bis 50% ziemlich hoch. Die Variante, typo deutsche, wird nicht mit Rückenspeck, sondern mit Bauchspeck oder Speck von der Keule hergestellt. Hier ist der Speckanteil noch höher, 60 bis 70%. Fleisch und Speck werden im Fleischwolf auf 3 bis 4 mm oder 8 bis 10 mm zerkleinert und mit Salz, Salpeter, gemahlener und ganzer Pfeffer, zerdrückter Knoblauch und TVTL. Weißwein vermischt Die Masse wird in Rinderdarm, früher ausschließlich in Rindsblasen, gefüllt. Die Sorten mit Knoblauch gibt es im 50 bis 60 cm langen Darm, die ohne Knoblauch sind kürzer. Beide werden mit Kordel gebunden, wobei die Knoblauchhaltigen an den weiteren Abständen zu erkennen sind. Die Salamé Veronese muss 2 bis 4 Monate reifen, je nach Dicke, dabei verliert sie bis zu 25% an Gewicht. Die fertige Salamé präsentiert sich als eine dicke, mittellange, nicht völlig mit Schimmel überzogene Dauerwurst mit sehr feinem Schnittbild. Punkt. Salamé Fabriano Die Salamé Fabriano stammt aus dem Städtchen Fabriano, das zwischen Ancona und Peruschia in etwa 300 Meter Höhe liegt und gegen Norden und Westen durch ein bis zu 1700 Meter hohes Gebirge gegen kalte, Winde abgeschirmt ist. Die Wurst bestand früher nur aus Schweinefleisch und Speck zu je 37% aus Schweine- und Rindfleisch und 25% Speck. Das gekühlte Rindfleisch wird durch die 5 bis 6 mm Scheibe des Fleischwolfes getrieben, mit den Schweinefleischstückchen vermischt und noch einmal gewolft. Diese Masse wird mit dem auf 8 bis 9 mm zerkleinerten Speck vermischt und mit Salz, Salpeter, ganzen Pfefferkörnern, gemahlenem Pfeffer und Weißwein versetzt. Das Ganze wird in Rinder- oder Schweinedarm von 30 bis 35 cm Länge gefüllt. Die Bindung mit Kordel ist so ähnlich wie bei der Felino. Nun muss die Fabriano 2 bis 4 Monate reifen, zum Schluss wiegt sie 25% weniger, etwa 400 bis 500 Gramm. Salame Napolitano Die Salami aus Neapel, Salame Napolitano, besteht zu je einem Drittel aus magerem Schweinefleisch, Jungochsenfleisch und Schweinespeck. Zuerst wird das Rindfleisch mit der 5 bis 6 mm Lochscheibe fein zerkleinert, das in Stücke geschnittene Schweinefleisch und der kleingeschnittene Speck wird hinzugegeben und das Ganze noch einmal grob mit der 14 bis 16 mm Lochscheibe gewolft. Dazu gibt man Salz, Salpeter, zerdrückten Pfeffer, gemahlenen Pfeffer, rote Peperoni, Knoblauch und etwas Weißwein. Die gut durchmischte Masse wird in Pferdedarm von etwa 30 cm Länge gefüllt, vorgetrocknet und gebunden. Dann wird die Wurst für einige Stunden intensiv in Rauch von Pappelholz geräuchert. Danach lässt man sie 2 bis 3 Tage bei etwas erhöhter Temperatur und Feuchte abhängen. Die anschließende Reifung, während dieser die Napolitano 20 bis 25% Gewichtsverlust erfährt, dauert 2 bis 3 Monate. Danach wiegt sie 400 bis 900 Gramm und schmeckt ziemlich scharf. Sopressa und Sopressata Die Sopressa oder Sopressata, was so viel wie Presswurst bedeutet, ähnelt im Geschmack der Salami, ist aber wesentlich dicker und größer. Nach dem Füllen des zerkleinerten Fleisches und Specks in Dämme wird die Wurst rechteckig gepresst, vor allem um etwaige restliche Luft auszudrücken. Die Bezeichnung stammt übrigens von dem provenzalischen Wort Sopressado ab. Die Sopressa oder Sopressata werden in vielen Varianten in den norditalienischen Regionen Friaul, Venetien und Julien und in Süditalien hergestellt. Da sie recht dick sind, müssen sie 10 bis 15 Monate an der Luft reifen. Zum Schluss wiegen sie 2 bis 3 Kilogramm und werden in Scheiben geschnitten. Mit frischem Obst oder leicht erhitzt mit Polenta Plätzchen als Vorspeise oder Imbiss gereicht. Die Sopressa Veneta kommt aus Venetien und zeichnet sich durch besondere Zatheit und kräftiges Aroma aus. Punkt. Sie wird aus 70% magerem Schweinefleisch und 30% Bauchspeck mit Brustspitze gefertigt. Alles wird nur grob zerkleinert und mit Pfeffer, zerdrücktem Knoblauch und Weißwein oder auch Grappa vermischt, dann in Schweinedarm gefüllt und gepresst. Bei etwas höherer Temperatur wird vorgereift und dann Luft getrocknet. Sehr ähnlich ist die Sopressata di Fabriano, die aber leicht geräuchert wird. Aus dem südlichen Abinnengebirge kommt die Sopressata della Basilicata, die nur mit Pfeffer gewürzt wird und aus 80% magerem Schweinefleisch und 20% Räucherspeck besteht. Eine Besonderheit stellt die Sopressa Copata dar. Sie ist sehr dick und enthält im Inneren ein dickes Stück aus der Schweinekeule. Im Anschnitt sieht sie wie eine Schinkenscheibe mit einer Umrandung aus Salami aus. Finocchiona In der Toskana aus der die Finocchiona stammt, stellt man eine delikate Dauerwurst, die mit der Salami verwandt ist, her. Sie hat ihren Namen von Finocchio, also vom Fenchel, dessen Samen für diese Wurstverwendung finden. Brühe nahm man dafür den wildwachsenden Fenchel. Die Finocchiona wird in zwei Arten hergestellt. Die eine besteht aus 50% magerem Schweinefleisch und 50% Schweinebacke. Die andere Variante besteht zu je einem Viertel aus Schweine- und Rindfleisch und zur Hälfte aus Schweinebacke. Punkt. Das von Sinnen und Nerven befreite Fleisch wird wie üblich gekühlt und mit dem Fleischwolf und dessen 16-18 mm Lochscheibe, dann noch einmal mit der 8 mm Scheibe zerkleinert. Zu dieser Masse werden zugegeben 35-40 g Salz, 0,3-0,4 g Salpeter, 4 g zerdrückter schwarzer Pfeffer, 3-5 g Fenchelsamen sowie auch etwas in Weißwein eingelegter Knoblauch. Wenn alles fertig durchmischt ist, wird die Masse in 50 cm langen Rinderdarm gefüllt, mit Wurstkordel recht dicht gebunden und 2-3 Tage lang bei einer von 20 auf 22 Grad Celsius ansteigenden Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit von 65-70% aufgehängt. Die 60-90 Tage dauernde Reifung erfolgt zuerst bei 16-17 Grad Celsius und dann bei 14-15 Grad Celsius. Dabei beträgt die Feuchte 80%. Zum Schluss wiegt die ausgereifte Finocchio nahe 2,5-4 kg. Die Geschmacksgewohnheiten in der Toskana erfordern von dieser Wurst einen leicht sauren Geschmack, der sich erst nach mindestens zwei Monaten einstellt. Man erkennt diese toskanische Spezialität an dem grünlichen Schimmel. Die Finocchio nahe wird in der Toskana in dünnen Scheiben zusammen mit einem kräftigen Chianti-Wein und dem Sciocco, einem ungesalzenen Weißbrot, als Vorspeise serviert. Cacchiatore Ihr Cacchiatore, was eigentlich Jäger bedeutet, ist eine kleine salamienliche Dauerwurst mit einem Gewicht, das von 60 bis 180 Gramm variieren kann. Die Herstellung gleicht der Desalami Milano oder Felino. Nur die Reifezeit ist mit 15 Tagen wesentlich kürzer, denn diese Würste sind ja viel kleiner. Auf den Bauernhöfen werden die mittelkörnigen, luftgetrockneten und mit Schimmel überzogenen Cacchiatore schon seit Alters her produziert. So ist es erklärbar, dass sich in ihrer Zusammensetzung eine große Vielfalt zeigt. Viele Cacchiatore bestehen aus 35% Schweinefleisch, 15% Bauchspeck und 50% Rindfleisch. Aber der Rindfleischanteil kann bis auf null absinken. Wie der Name dieser Wurst verrät, hatte sie früher eine Snack- oder Imbissfunktion für Jäger, Schäfer oder Einsiedler. Punkt. Die Salami Milano wird in gleicher Weise wie die Milano hergestellt, ist nicht so dick und wiegt 500 Gramm. Die dünnere, ringförmige Salamella Napoli wiegt ebenfalls nur 500 Gramm und wie die große Version ebenfalls ohne Schimmel. Die kurze, mitteldicke Felinetto ist eine kleinere Ausgabe der Felino. Der Napoli ähnlich aber deutlich schärfer gewürzt sind die Salamis Calabrese und Secondiliano. Aus den Apruzen stammt die Salami Apruzzese, die eine feine Körnung mit vielen ganzen Pfefferkörnern zeigt und nur 200 bis 300 Gramm wiegt. Sie besteht nur aus Schweinefleisch. Aus Venedig kommt die grobe Salami Veneto, die deutlich nach Knoblauch riecht. Sie besteht aus Schweine- und Rindfleisch und wiegt zwischen 2,5 und 3,5 Kilogramm. Der Schwerpunkt der Salami-Herstellung in Italien liegt wie früher in der Emilia Romagna im Gebiet zwischen Bologna, Parma und Modena. In Süditalien werden vor allem kleine, grobe und feurige Salamis hergestellt. Erwähnung verdienen weitere Salamisorten. Die mittelfeine, ein Kilogramm wiegende Montana Roh enthält nur Schweinefleisch und Speck. Das gilt auch für die kurze, dünnere Mini, bei der der Speck recht grob ist und die 400 Gramm wiegt. Im Anschnitt fallen die ganzen Pfefferkörner auf. Mit ihren 3 bis 4 Kilogramm zählt die aus Schweine mit und ohne Rindfleisch fabrizierte und recht grobe Crespone zu den großen Salamitypen. Die Friulano enthält Fleisch aus der Schweinekeule in mittelgrober Körnung, Pfeffer, Knoblauch und Wein. Sie reift 30 bis 60 Tage, wird aber auch frisch zum Kochen verkauft. Aus dem Gebiet um Ancona kommt die mittelfeine, groben Speck enthalten Machiciano, deren Speck vor dem Füllen in Darm in Rotwein eingelegt wurde. Die Toscano enthält ein Drittel Speck in groben Würfeln. Das Schweinefleisch ist fein gemahlen und mit Wein gewürzt. Sie muss drei bis sechs Monate reifen. Die Salzsektione ist mit 20% Speck eine fettarme, knoblauchhaltige Salami, die als Vorläufer der berühmten Mailänder Salami gilt. Die sehr grobe Ventrizina ist eine Salami nur aus Schweinefleisch. Sie präsentiert sich ohne Schimmel in 2,5 Kilogramm Stücken im Naturdarm. Sie ist sehr grob und durch die zu gesetzten Peperoni relativ scharf. Salami, die Nota besteht nur aus Schweinefleisch, ist fast quadratisch und sehr kurz. Das Fleisch wird sowohl fein als auch grob gehakt. Die Wurst wird angeräuchert und reift 20 bis 40 Tage. Es gibt sie in Stücken von 30 Gramm bis 400 Gramm. Die Salami da Sugo ist eine Spezialität aus dem Gebiet Umfaara. Sie wird aus der Keule und der Zungen vom Schwein hergestellt. Beides wird fein zerkleinert, mit Gewürzen und Kräutern versetzt und in Därme gefüllt. Diese Würste reifen zunächst an einem warmen Ort und müssen dann Luft trocknen. Die Salami da Sugo wird nicht roh gegessen, sondern gekocht. Dabei entsteht eine schmackhafte Soße, die man zusammen mit Kartoffelpüree oder kalter Melone sowie der Wurst genießt. Punkt Ungarn Die ersten ungarischen Salamis wurden in Segedan der Thais hergestellt. Ein Ungarn namens Mark Pick hatte die Idee, die bis dahin in Ungarn unbekannte italienische Wurstsorte vor Ort herzustellen und begann 1883 mit der Serienproduktion. Die ungarische Salami unterschied sich in ihrer Gewürzmischung bald sehr deutlich von der italienischen Ursprungsvariante. Neben Pick war Herz eine sehr ähnliche, gleichermaßen traditionsreiche wie renommierte ungarische Salamimarke. Das 1888 gegründete Unternehmen Herz musste allerdings 2009 Insolvenz anmelden und wurde in der Folge von Pick übernommen. Eine weitere ähnliche Salami ist die Salam des Sibiu aus Sibiu im 1 zu Österreich-Ungarn gehörigen, heute rumänischen Siebenbürgen. Weitere Verbreitung Nach Frankreich kam die Salami durch italienische Seidenhändler und Bankiers in Lyon anfangs in der Nachfrage und schließlich wurde die Produktion salamähnlicher Würste aufgenommen. Bekannt sind die Saucissen-Secke, Saucissen-De-Lyon und die Saucissen-Rosette. Basis ist das feste, drote, frische Fleisch älterer Schweine, Schweinespeck, Meersalz und Pfeffer. Auf Kosika wird die Salami aus Schweinefleisch und Schweinespeck hergestellt. In Österreich zählt die Salami zu den traditionellen Wurstarten, die ursprünglich Italiener ins Land brachten. Vorwiegend Lombarder, Friauler und Venischener kamen als Straßenhändler nach Österreich, im 19. Jahrhundert besonders nach Wien, und boten Salamifeil. Sie wurden als Salamikrämer oder Salamucci bezeichnet. Im Kodex des Jahres 1913 wird sie als Dauerwurst geführt. Als kostengünstiger Ersatz für Salami wird teilweise Blockwurst eingesetzt. Dagegen ist Kochsalami die Bezeichnung für die Brühwurstvariante der Bierwurst.